Herzlich Willkommen in diesem Video. Heute möchte ich euch KeyPass vorstellen, ein Programm mit dem ihr Passwörter auf sichere und einfache Art und Weise verwalten könnt. Damit KeyPass verwendet werden kann, muss es natürlich erstmal heruntergeladen und installiert werden und bekommen könnt ihr das ganze von keypass.info. Hier sehen wir auch schon, was die aktuelle Version ist, nämlich 2.4. Ich gehe aber direkt in den Download-Bereich und wähle die neue Version. Also 2.4 ist die aktuelle Version. Es gibt auch noch eine alte Version 1.36. Beide Versionen werden aktuell noch weiterentwickelt. Ich empfehle aber definitiv, die neue Version einzusetzen. Wenn wir auf den Download-Link klicken, öffnet sich eine neue Seite von SourceFolge. Dort wird die Datei zum Download angeboten und nach ein paar Sekunden können wir die Datei herunterladen. So. Den Tab können wir wieder schließen. Den Download können wir starten. Ich erzähle das Ganze mal auf Deutsch. Ich akzeptiere natürlich die Vereinbarung, nachdem ich sie gelesen habe. Und hier haben wir ein paar bereits vorausgewählte Optionen. Ich lasse das auch alles so. Zum einen, weil der verbrauchte Speicherplatz nicht sonderlich groß ist. Zum anderen, weil diese Sachen auch alle ganz sinnvoll sind. Ich möchte definitiv, dass KeyPass-Datenbanken, also .kdbx-Dateien mit KeyPass assoziiert werden, dass die automatisch mit dem richtigen Programm geöffnet werden. Und ich hätte auch gerne ein Desktop-Symbol. Bei mir ist das Ganze schon installiert, deswegen klicke ich jetzt auf Abbrechen. Wer das Programm noch nicht hat, einfach installieren und warten, bis der Balken voll ist. Und dann haben wir hier KeyPass 2. Wie wir sehen, sehen wir nichts. Das Programm, wenn es frisch gestartet wird, zeigt erstmal nur graue Bereiche an. Und das liegt daran, dass wir noch keine Datenbank haben, in der wir Informationen speichern können. Das heißt, wir können über dieses Symbol oder über Datei Neu eine neue Datenbank anlegen. Und hier wartet uns KeyPass, dass wir auf keinen Fall vergessen dürfen, wo wir diese Datenbank ablegen. Denn wir speichern alle unsere Passwörter und Login-Daten in dieser Datenbank. Und wenn wir vergessen, wo wir diese Datei abgelegt haben, dann könnte das für uns natürlich ziemlich blöd aussehen. Aus diesem Grund lege ich die Datei unter Dokumente in dem Ordner Wichtig ab. Und ich nenne sie jetzt mal Passwörter. So, Datei ist abgelegt. Wir haben hier ist noch die Möglichkeit, die Datei mit einem Passwort zu schützen. Und das sollte auch definitiv genutzt werden, diese Option. Denn alle Login-Daten in KeyPass, die wir dort speichern, werden mit diesem Master-Passwort oder Haupt-Passwort verschlüsselt, sodass niemand anders diese Login-Daten lesen kann. Man sieht schon, das Passwort, das ich ausgewählt habe, ist nicht sonderlich stark. Es hat neun Zeichen, hat aber keine besonders hohe Bittstärke. Und wenn wir uns das Passwort kurz anschauen, 123QWEASD, ja, das ist kein besonders starkes Passwort. Sinnvoller wäre natürlich noch ein paar Sonderzeichen, Großbuchstaben, Zahlen etc. mit reinzutun. Und man sieht schon, das kann schon sehr, sehr lange werden, das Passwort, und schaut dann irgendwann so aus. Kann sich natürlich kein Mensch mehr merken. Hier gilt es, einen richtigen Kompromiss zu finden zwischen starken Passwort und merkbar. Denn das ist das letzte Passwort, das ihr euch im besten Fall merken müsst. Alle anderen Passwörter könnt ihr natürlich in KeyPass speichern und die müsst ihr dann nicht mehr auswendig wissen. So, rein für das Video nehme ich jetzt trotzdem dieses schwache Passwort, da es einfach nur zu Vorführungszwecken dient und ich diese Datenbank ja nicht ernsthaft hernehme. So, hier haben wir noch weitere Optionen. Wir können der Datenbank einen Namen geben, eine Beschreibung. Wir können die Sicherheitseinstellungen überprüfen. Die würde ich nicht anfassen, es sei denn, jemand weiß wirklich, was er tut, denn die Voreinstellungen passen an dieser Stelle. Kompression ist einfach die Frage, ob die Datei komprimiert, also verkleinert werden soll. Macht Sinn in diesem Fall, die Voreinstellungen passen auch und wir haben hier die Option noch, einen Papierkorb innerhalb der Anwendung zu verwenden. Das heißt, wenn ich innerhalb der Anwendung Login-Daten lösche, verschwinden die nicht sofort für immer, sondern sind erstmal im Papierkorb und können zur Not wieder hergestellt werden. Hier gibt es noch erweiterte Einstellungen, aber auch die können wir alle so lassen, wie sie sind. Nach dem Anlegen der Datenbank bekommen wir noch die Möglichkeit, ein Notfallblatt zu drucken. Ich werde das jetzt hier nicht drucken. Ich habe mir das schon als PDF abgespeichert und das Notfallblatt sieht so aus. Wir haben hier eingetragen, wo unsere Keepers Datenbank liegt. Wir können hier eintragen, wo ein Backup der Datei liegt und wir können hier unser Master Passwort eintragen. Wichtig ist natürlich, dieses Dokument sollte ausgedruckt werden, ausgefüllt werden und dann an einem sicheren Ort verwahrt werden. Bitte füllt es nicht am Computer aus und speichert es, am besten Fall noch neben der Keepers Datenbank, denn wenn jemand dann beide Dateien in die Hände bekommt, hat diese Person alle eure Login-Daten und das ist natürlich nicht der Sinn von diesem Programm. So, wenn die Datei angelegt worden ist, sehen wir erstmal hier oben neben der Datei ist ein kleines Sternchen. Das bedeutet einfach, die Datei wurde noch nicht gespeichert. Ich mache das jetzt mal, entweder STRG-S oder Datei speichern. Und ab diesem Punkt sehen wir auch, die Datei ist tatsächlich da.